Seid gegrüßt und willkommen zur 18. Episode meiner Great For Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Es ist ein sehr reges Treiben hier in dieser Kaserne. Wir gehen mal und befragen die... Okay, wir können hier niemanden befragen. Also müssen wir das machen, was vorgeschlagen worden ist. Und zwar die Soldaten befragen, die gerade keinen Dienst haben. Da sie eventuell redseliger sind dadurch. Ach ja, die Schenke ist ja direkt hier mit drin. Womit liegt hier ein Apfel? Was ist das für eine Musik? Groschenschenke. Ich setze euch ganz unauffällig alle hin, wenn ich reinkomme. Sehr verdächtig. Genug Leute zum Reden hier. Wir fangen mit ihm in der Ecke an. Wo bist du? Passant. Warum stehst du? Egal. Hey. Oh, was hast du denn für einen riesigen Käseleib hier liegen? Und einen leeren Teller, der vibriert. Ach, du isst Luft. Okay, egal. Ich rede mal mit dir. Ja. Are you not? Indeed. De Sarde. The governor's legend. My sincere pardon, excellency. I didn't want to show any disrespect. Captain. Lieutenant. How can I help you? Hmm. To which company do you belong? The Eighth. We are responsible for city security. Some of the men of this company are under my orders, charged to protect the palace. I'm personally in charge of the port and the surrounding streets. Aber ich bin nicht auf dem Weg, das ist. Du bist auch in charge of kriminellen? Investitionen? Nein, Herr Excellency. Aber ein Oficer meiner Firma ist in charge. Ja? Wir suchen Informationen über einen Jungen Rekruten, einen bestimmten Reiner. Reiner? Sorry, mein Name ist nicht mit mir. Er muss mit einer Firma sein. Mhm. Aber ich weiß nichts über das. Schade. Danke. Auf Wiedersehen, Lieutenant. Hm. Na, wir glauben ihm einmal fürs Erste. Warum stehst du hier rum? Sehr verdächtig. Ah, Rekruten. Eine Rekruten? Die sieht aber aus, als wenn... Ich geh mal näher ran. Good day, soldier. Uh, good day, my lord. De Sarde. Legate of the congregation on Teer Fridae. Captain Kurt. Oh, I... Excuse me, Excellency. I... I didn't know. Captain, I... I truly am sorry. At your service, my lord. Oh, man. Ah. Since you know who we are, present yourself, soldier. Ah. Yes, sir. Recruit Second Class Alrick. Blue Silver Regiment. 11th Company. At your service. Anything else? Mhm. You don't quite look like you've got the hang of all this. How long have you been in? I... Is it that obvious? It's quite normal for a new recruit. I joined up four months ago. But at the beginning, we were on board ship, you see. I don't know if that really counts. I started exercises when we got to New Serene. But I'm making progress, they say. And do you like it here? I sure do. That's why I joined the guard. To come here. To leave the continent. Know what I mean? I do. Anything else? Hmm. Hmm. Okay. Okay. That will be all soldier. Thank you. Thank you. Your Excellency. Let's see. What can I pour for you? Give me a bottle of your best drink. There you go. But be careful. She's got a strong bite. Je stärker, desto besser. At your service, my lord. Excellency. Eine sehr bärtige Rekrutin, wenn ich das mal so sagen darf. Here. You seem tired and a little on edge. A drink would do you some good. It's just that... I don't know if I'm allowed. You're on leave or you wouldn't be at the Tzavan. And why not? Oh, yes. But this is his excellency's own bottle. I don't know if I can. Drink, I tell ya. Wow. Now then. Why don't you tell us what you know about Rainer? Well, I didn't. I didn't serve with him. Well, not really. We just crossed paths. He was leading the 11th when I joined. Everyone said he was good, strong, and, uh, followed orders. And then. Poof. Lieutenant got this order and he wasn't happy. And I mean really quite unhappy. And then Rainer. He was gone. We never saw him again. We asked where he'd been sent, but the Lieutenant didn't want to tell us. Said that it was none of our business. But you? He won't be able to say no to you. You should go and offer him a drink too. To whom? Where do we find your Lieutenant? At the barracks. Thank you. And watch yourself when leaving. We don't want you to fall into the bay. That will be all soldier. Thank you. Thank you, your excellency. Lieutenant des 6. und 8. Regiments befragen. Und des 11. Ah, konfrontiere den des 11. Genau. Aber, können wir den, den Wirt hier noch fragen? Oh, geht nicht mehr. Interessant. Was im Keller vor sich geht? Ach, die Arena-Kämpfe, oder? Mal fragen. Ah. Ah. Ah, schon gut. Tschö. Nothing, thanks. I'm not thirsty just yet. Theoretisch können wir ja von hier drinnen irgendwie... ...durch den Keller und dann in die Kaserne rein, aber... ...obwohl, geht das nicht auch hier durch? Kaserne der Groschengarde. Lalalalalalalala. Müssen wir... Okay. Köche. Bedienstete. Hm. Hm, hm, hm. Oh. Hä? Muss ich doch hier durch? Hallo? Geht mal aus dem Weg. Mann. Ah, hier sind wir schon. Gut. Hey. Hi. Hey, Manni. So. Wo finden wir denn jetzt hier? Der Lieutenant oder Lieutenant des 11. Regiments unter uns? Oh, was heißt das? Hm. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Schlafseele. Ne, der wird unter uns sein. Oh, ist doch nicht jetzt im Keller. Okay, ich bin wahrscheinlich jetzt über ihm. Hm. Das ist blöd. Was haben wir hier für einen Schlafsaal? Hi, 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 hi. Oha. Und natürlich wieder jemanden, der schrubbt. Sehen wir hier. Gut. Alles gut hier. Tschö. Dann gehen wir runter. Gibt es hier noch eine Treppe runter? Nö, oder? Hm. Hm. Nö. Dann gehen wir wieder die Treppe runter. Oh, verdammt. Oder? Ne, Moment. Das war hier, oder? Hä? Ich bin verwirrt. Was ist hier für ein Raum? Ach. Oh, okay. Ganz langsam. Nicht hektisch bewegen. Oh, der ist auch allein hier im Trainingsraum. Genau, Kurt stelle ich hinter... Hallo? Haut er ab. Hm. Hm, Aufgabe. Was ist Ihr Anruf? Der 11. Der 11. Er ist anruf für die Räume für die Kongregation auf der Isle. Mhm. Wie für mich, ich bin für die Trainings der Rekruten und der Patrouille-Roster. Okay. Nö, was anderes? Herkunft, warum sollte ich ihn nach seiner Herkunft fragen? Hm. Können Sie mir erzählen, welche Firma Sie servieren? Der 11., Exzellenz. Was anderes? Wir sind über die Räume für die Räume für die Räume für die Räume. Ich weiß. Aber diese Geschichte ist gefährlich, Kaptein. Wenn Sie so viel, wie eine Räume für die Räume für die Räume sprechen, Sie sprechen zu uns. Sie glauben Sie, dass er die Räume für die Räume ist? Ja. Natürlich. Aber. Mhm. Ja. 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 Nein, wir haben eine Räume für mich entwickelt, aber... Ja. 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 Ich habe das Gefühl, dass ein sehr guter Künstler, die Künstler aus dem Künstler, wurde wieder zurückgezogen. Und endlich, habe ich gelernt über die Existenz einer Phantom Regiment. Welche nösen sind Sie darüber sprechen? Eine Art von... ... secret, Elite Company, die eine spezielle Trainingsprogramme folgt. Wo können wir sie finden? Ich habe keine Ahnung. Ich musste meine Investitionen aufhören. Dinge wurden gefährlich. Ich beginne zu fühlen, dass ich mich beobachten war. Dieser Regiment schützt seine Geheimnisse an alle Kosten, mit wenigen Schrauben. Wenn Sie mehr wissen wollen, der Training Officer der 6. wird etwas wissen. Es wurde gesagt, dass er teilnehmen in einer ihrer Missions, neben ihnen. Sind Sie sicher, dass Sie nichts mehr zu erzählen haben, über diesen Geheimnisse Geheimnis? Ich habe gesagt, dass Sie alles, was ich weiß, mit dem Risiken zu enden, wie Reiner, Excellency. Gehe und die Officer der 6. wenn Sie mehr lernen wollen. Und ich werde mich alleine jetzt. Was noch etwas anderes? Sind Sie sicher, dass Sie nichts mehr zu erzählen haben, über diesen Geheimnisse Geheimnis? Ich habe gesagt, dass ich alles, was ich weiß, mit dem Risiken zu enden, wie Reiner, Excellency. Gehe und die Officer der 6. wenn Sie mehr lernen wollen. Und ich werde mich alleine jetzt. Danke, Lieutenant. Oh Mann. Was sagst du dazu, Kurt? Wahrscheinlich nichts. Okay. Dann auf zum... Wie noch immer. Den Typen vom 6. Oh, eine Truhe. Und? Was haben wir? Hallo? Ach so, Schlossknacken habe ich nicht. Ja, sieht gut aus, was ihr hier macht. Weitermachen. Ach, wir könnten mit Money reden. Aber erst wenn hier der weggelaufen ist. Oder wegge... Er guckt ihn... Okay. Hallo, Ihre Excellency. Was kann ich für Sie tun? Wow. Danke. Jetzt muss ich wieder nach oben. Okay. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Was ist hier nochmal? Schlafsäle. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Und, und und, 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 und... Werden wir kämpfen müssen? Wahrscheinlich nicht. hier war ich doch gerade hier war ich noch nicht sieht anders aus hier wir schauen uns mal diese truhe an und inspizieren schloss knacken verdammt gut dann auf zum wie heißt der hier offizier der sechsten kompanie gut day lieutenant excellency was your pleasure to where are you assigned the six company is in charge of exploration and expansion of the colony of the communication of merchants on the island we operate mainly in the wilderness areas in direct contact with the natives but don't worry we respect to the letter congregation directives and standing orders we avoid all confrontation with them as much as possible anything else what company do you serve the sixth excellency anything else tell me about the phantom regiment about what i have no idea what you're talking about your excellency okay überzeugen bringt nur von also hat nur eine 25-prozentige chance ich könnte bestechen mit 100 golddings dings hier nö kurz sprechen lassen ja das kann ja später machen wir versuchen ihn zu überzeugen mit unserem charisma die aktivität des regimen a particularly suspicions secrets 3 fabrikations and maybe even an assassination this resembles more the pursuit of a criminal organization than the honorable coingart amitee konkret die you are involved no no i assure you that isn't the case so der me what you know about the regiment i've seen the regimen even fought beside them on an operation on that occasion our marching orders were kept secret until the last minute we were asked to remove our regiment emblems and our pay wasn't even recorded and of course we were ordered to speak to no one about it under any circumstances yeah yeah i hope you realize the risk i'm taking talking to you about all this have no fear we understand what was this operation an attack a lightning strike on a caravan from the bridge alliance okay it really shakes up the honor code the regiment is made up of young recruits carefully chosen only the best make it through the training is extremely arduous and my guess is that rayner isn't the only one who's died from it i know that they set up camp just outside the city where the men live and train but i'd be lost to tell you precisely where it's found sorry captain thank you lieutenant this story is making me sick poor rayner if i'd have known i'd never have recruited him i'm sorry kurt this isn't your doing but these filthy phantoms or whatever they are are gonna have to settle the debt believe me you do realize that your own commander is certainly involved in this on some level outright clandestine operations could not have taken place without his approval that he's aware of the existence of the regiment there is no doubt that he approves of what they're doing it wouldn't be the first head that didn't know what his hands were up to what do you wish to do now i'm gonna find the location of this camp i have a few friends that can certainly help us and when i know where to smoke out these bastards i'll go and have a few fiery words if you were of a mind to accompany me two of us would not be too many to make sure they settle their debts let me know when you discover where they are to be found you can count on me okay gehst jetzt wirklich oder wow also gehst jetzt wirklich oder bleibst hier stehen und das passiert im hintergrund naja auf jeden fall weiß ich dass ich jetzt gehe wenn euch die heutige episode gefallen hat sich gerne bewerten und einen kommentar dazu gelassen und um die nächste episode nicht zu verpassen solltet ihr meinen kanal abonniert haben falls das doch nicht geschehen ist bis zum nächsten mal